Sie hielten sich am Rande des Schlachtfeldes, in dessen Mitte der Kopf des alten Mannes auf den Wellen trieb, während Moby Dick ihn wie ein Planet umkreiste. Da nahte die Peckott und durchbrach den Bandkreis. Es gelang ihr, den Wal von seinem Opfer zu trennen, und als er grollend abzog, kamen die Boote den Schwimmenden zur Hilfe. Bewusstlos wurde Aab ins Boot gezogen. Seine Ohnmacht war tief, aber kurz. Alle, die seichten leiden, die schwächere Menschen ihr Leben lang beschäftigen, erlebt ein großes Herz zuweilen mit einem Schlag. Wenn es die Götter wollen, kann in einer Kette von qualvollen Augenblicken, deren jeder die Welt ausschöpft, eine starke Seele das Leid eines ganzen Zeitalters auf sich nehmen. Denn in dem unendlich feinen Kern seines Wesens umspannt der Edle den Umkreis aller gemeinen Naturen. Zuletzt erhob er sich mühsam. Die Apone.